Mr. Falko Ja, jetzt nehmen wir den da hinten. Würde ich mal sagen. Ah ne, er geht da hoch. Scheiße, wie nehm ich jetzt? Alle? Ja. Bewegen sich aber nicht. Jetzt könnte ich es eigentlich beide fertig machen, oder? Der da unten braucht noch ein bisschen. Ah, scheiße. Kommt, bewegt euch. Gehen wir mal lieber auf Nummer sicher jetzt. Ich will das nicht normal verkacken. Unter uns kann nichts passieren, das weiß ich. Er ist ganz oben, in den Baumwippeln. Shit, ey. Wie soll ich das denn jetzt machen? Sieht so aus, als ob er euch da oben einen Schimpel hinterlassen hat. Was hast du da gehört? Ah, jetzt bewegen sie sich. Aha. Du hast recht, ich habe jemanden gefunden. Noll. Da nehm ich jetzt den da. Scheiß drauf. Was ist passiert? Wach auf, los! Du! Zack. Wunderbar. Oh, jetzt laufen die auch wieder da unten rum. Wo ist der andere? Warte. Da. Oh Gott. Oh Gott, ich habe jemanden gefunden. Hier drüben! Hä? Ja, komm, die können wir jetzt platt machen, oder? Würde ich mal sagen. Wie macht er das bloß? Wie macht er das bloß? Ja, ich bin Meister, Mensch. So, jetzt sehe ich sie nicht. Was ist hier los? Halt mal, du weiter. Lach dir hier. Ja, komm, scheiß drauf. Angriff! Wuhu! Bam! Läuft. Zack, haben wir. So, wollen wir weiter, wa? Mal sehen, was uns hier noch Deftiges erwartet. Was ist denn das hier? Ach. Aha. Ich bin nicht wichtig. Ich kann dir nicht helfen. Dein Glück, dass der Boss nicht will, dass wir zu... Wer ist hier? Wer ist hier? Kommt her, Leute. Ich mache dich platt. Ach, so ein Messerbann nach Hause wieder. Da ist er wieder... Die kennen wir ja schon. Au. Fuck. Shit. Müssen wir aufpassen hier. Scheiße. Ganz. Ich schnitz dir was in die Haut! BAM. Okay. Haben wir. Ist so ein der hier? Ach komm! Mach deinen Move hier. Move, move. Was hat mich getroffen? Nein! Ah! Scheiße, jetzt wird's aber eng hier. Scheiße. Jawohl, dicke Kombo. Oh, war's das schon wieder. Mein Gott, bleibt aber locker. So, retten. Mir geht's gut. Solche Typen verspeise ich zum Frühstück. Was haben Sie hier drin gemacht? Die, die mich nicht geschlagen haben, gingen darüber und hantierten an der Stromsteuerung rum. Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Stromsteuerung? Hier? Okay. Heftiges Teil. Jetzt geht's los. Was hat das jetzt gemacht? Okay. Ah, das ist von der anderen Seite. Ich verstehe. Alter, was liegt denn da unten alles rum? Was ist denn das hier alles? Keine Ahnung. Tja, hier kann ich nichts anwenden. Alter Vatern. Ja, das ging hier in das Wirrwarr rein. Ja. Okay, naja, wir müssen jetzt Fingerabdruck immer noch suchen. Moment mal. Zerstörer, ich darf... Blablabla. Ja. Ach, da liegt ein Tonband, sehe ich gerade. Das war cool. Das war cool. Patientengespräch, Pamela William Isley, 15. November, 10.21. Hallo Pamela, heute will ich an etwas zurückkommen, was du in unserem letzten Gespräch gesagt hattest. Warten Sie mich, was Sie wollen? So sagt es, dein erstes Angebot Gott, um zu helfen, wurde zurückgewiesen. Wie kommst du darauf? Was meinen Sie? Du hast tausende gefährliche Sporen in Warten freigelassen, hunderte Menschen getötet. Wie soll das jemandem helfen? Körper interessieren mich nicht, Doktor. Diese schrecklichen Fleischsäcke, die rumlaufen und meine Arztwelt jetzt mit ihrer Dier und Arroganz zerstören. Aber bist du nicht auch einer dieser Fleischsäcke? Du wüsst es. Du warst auch eine Ärztin. Wie kannst du uns im Stich lassen? Das passiert einfach so. Aber dich lasse ich nicht im Stich liegen. Du bist anders und dir fühlst mich nicht auf uns. Verrückt nicht? Stimmt das? Natürlich. Gut. Haben wir sonst noch irgendwas? Das haben wir jetzt ja. Tja, da kommen wir wahrscheinlich erst später hoch. Bringt uns jetzt noch nichts. Hier ist ja sonst auch nichts mehr. Nö, eigentlich nicht. Können wir erst von anderen Seite dann irgendwann mal. Okay. Also würde ich sagen, gehen wir mal hier wieder raus. Na, du bist aber hartnäckig, Betz. Immer einen Schritt voraus. Es dauert nicht lange, bis ich eine Armee von Titanmonstern befehlige. Stell dir doch nur vor, dass ich durch die Straßen getragen werde und über die Leiden der unschuldigen Bürger steige. So, was geht hier ab? Du musst damit aufhören, bevor es zu weit geht. So fängst du mich nie. Shit. Ich muss einen Weg durch dieses Chaos finden. Und da sehen wir ja schon, wo uns der Weg wieder lang führt. Durch das Gitter hier. Öffnen. Mach auf den Dreck. Bam. Jawohl. Da rein, da mit dir. Okay, was ist das? Da liegt irgendwas. Werkzeug. Keine Ahnung. Können wir aber nichts weitermachen, nur angucken. Da können wir auch nicht weiter. Ist auch nichts. Gucken wir erstmal hier. Aha, hier können wir gleich raus. Was ist denn da hinten noch? Aha, was ist das denn? Pilze wachsen hier schon in der gammeligen Brühe. So, wer auf? Mal auf den Dreck. Ah, bam. Okay. Aha, das kann man auch schon aufspringen. Jawohl. Dachte ich mir doch. Zack. Oh, dicke Tür hier. Können wir die aufmachen? Oh, die ging ja leicht auf. Okay, was ist das? Einfach nur Licht, ne? Alter, wo sind wir ja schon wieder? Ach, du Kacke. Shit. Können wir auch nicht so hoch. Ah, da können wir hoch. Sehr schön. Oder? Ne. Scheiße. Hochklettern, okay. Wie kommen wir denn da hoch? Ich hab keine Ahnung. Das sieht eher schlecht aus. Ja. Alter, wo sind wir hier? Können wir hier weiter? Yes. 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 Halt dein Maul. Komm, er noch. Jawohl, das tut weh, ne? Genau. So, was ist denn mit dir hier, mein Kleiner? Der Putzman war das anscheinend. Geht's dir gut? Seh ich gut aus. Sie wollten mich töten. Wir versteckten uns gerade im Vogelhaus. Und dann kamen sie mit Joker rein, schossen um sich und verfrachteten uns in Käfige. Sind sie immer noch drin? Keiner ist seitdem rausgekommen. Du musst ihnen helfen. Bleib hier. Aha, also haben wir wieder eine neue Aufgabe. Im Vogelhaus, Alter. Ich hab aber gar keinen Plan, wo hier was ist. Da hinten ist was. Da können wir bestimmt auch irgendwie rüber. Indem wir hier rauf gehen, oder? Indem wir auf diese Blumenkästen gehen, hätte ich jetzt gedacht. Aber dem scheint nicht so. Naja, keine Ahnung, wie wir da sonst irgendwie rüberkommen sollten. Äh, aha, okay. Was gibt's denn hier so? Für schöne Sachen. Ah, da ist sogar noch der Fingerabdruck. Sehr schön. Aber hier geht's auch nicht mehr weiter. Shit. Harley Quinn, die war auf jeden Fall hier. Die hat hier alles kaputt gemacht anscheinend. Aber wieso krabbelt die dann auf dem Boden rum? Sehr mysteriös. Dann gehen wir mal hier weiter, was soll's. Da liegt was, Tonband, wa? Pamela, ich habe, was du wolltest. Gefällt sie dir? Oh ja, Stephen, ich find sie toll. Was für eine wunderschöne Blume. Darf ich sie behalten? Oh nein, Pamela, das geht nicht. Das ist gegen die Regeln. Ja, aber ich bring sie immer mit, wenn ich dich besuche. Aber ich bin Stephen. Ich fühle mich so einsam, so allein. Du willst doch nicht, dass ich einsam bin, oder? Nein, natürlich nicht. Behalte sie, aber keiner darf sie sehen. Wirklich keiner. Du kannst mir vertrauen, Stephen. Danke. Und jetzt gib mir einen Kuss. Ich kann nicht. Wenn das die anderen sehen. Niemand beobachtet uns. Was ist los mit dir? Liebst du mich nicht? Nenn mich Ivy. Natürlich liebe ich dich. Ich bin hier. Aha! Und. Ich bin hier.